Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren frühstücken und wir gehen heute wahrscheinlich irgendwie nochmal in die Berge ein bisschen. Und heute wollen wir auch nochmal baden gehen in Cayeta. Also gut, wir sind jetzt angekommen und wir laufen wahrscheinlich zu den 25 Fontes oder zum Risco-Wasserfall. Wir wissen es noch nicht. Alter, es ist hier so viel los auf der Strecke. Weil wir haben gerade freie Stelle erreicht, aber da vorne laufen Leute, direkt hinter uns laufen Leute. Ich hoffe, dass an der Stelle selber nicht zu überfüllt ist, aber was ich so gelesen habe, ist, es ist komplett überfüllt. Wir haben uns jetzt doch entschieden. Wir laufen zu den 25 Fontes und wir nehmen einfach die lange Strecke auf und zwar eine Kilometer mehr oder weniger, dann lieber dahin, wo es cool ist. Ja, es geht jetzt so ein bisschen runter. Der ganze Wanderweg besteht quasi aus dieser Treppe bisher. Haben wir Lust, Lukas? Ja. Es ist wieder eben. Der Weg ist eben und neben uns ist wieder so eine kleine Levada. Und ich will euch gar nicht zu viel zeigen, der Vlog wird sonst viel zu lang. Wenn uns immer Leute entgegenkommen, da unten auf dem Weg, laufe ich jetzt hier oben einfach weiter. Ich habe hier eine Spinne gerade entdeckt. Eine Tarantula. Nein, die gibt es hier nicht. Ja, es ist soweit. Noch 500 Meter. Noch 500 Meter. Nice. Wir haben es in 200 Metern geschafft, Lukas. Es war ein Auf und ein Ab auf dieser Wanderung bisher. Wir sind sehr lange da oben gelaufen, auch manchmal da unten. Und die Wanderung ist nicht für große Menschen ausgelegt. Also eigentlich auch nicht für kleine, weil manche Dinger sind so tief, da haut jeder den Kopf, wenn sogar Kinder. Wir haben uns ein Stück weiter vorgearbeitet. Da ist es. Und ja, hier ist doch schon einiges los. Es ist nicht schön hier mit den Menschen. Da hinten waren vielleicht so zwei, drei Leute, nicht mehr. Und ja, ich habe jetzt ein paar tolle Fotos gemacht, haben ein bisschen was gefilmt und wir gehen wieder. Es war uns einfach zu voll. Also, die Landschaft da ist nicht bestimmt richtig schön, oder sie sieht richtig schön, es ist nicht nur bestimmt, aber die Menschen. Es ist einfach so viel Menschen. Es ist zu viel, es ist nicht mehr schön dran. Und ja, deshalb laufen wir jetzt einfach zurück. Und wir gehen wahrscheinlich jetzt nach, äh, nicht nur aus der Show, nach, ähm, wann gehen wir? Ja, wir gehen jetzt nach Cayetta wahrscheinlich weiter und gehen auch ein bisschen baden im Meer. Es ist heute ein bisschen bewölkter als sonst, also gerade sieht man keine Wolken, aber heute hat es ein paar Wolken ab und zu. Und wir wollen ein bisschen baden gehen. Gut, da hoch müssen wir noch. Ich bin jetzt mal auf so einem kleinen Fels hier hochgeklettert. Wir schwitzen noch ein bisschen, aber von hier oben ist der Ausblick echt schon richtig schön. Wir haben es jetzt gleich geschafft. Da vorne steht unser Auto und dann fahren wir weiter nach Cayetta. Ja, wir sind da, wir haben es endlich geschafft. Wir sind da runtergelaufen, dann irgendwie nach da hinten, also. Wir sind jetzt in Cayetta und wir gehen jetzt ein bisschen baden, weil wir brauchen eine Abkühlung, definitiv heute. Die Pizzeria hat leider noch geschlossen. Deshalb fahren wir jetzt heim und kommen später wieder. Und dann gibt es Pizza. Also gut, wir waren jetzt im Hotel. Wir fahren jetzt nochmal nach Cayetta und hoffentlich hat die Pizzeria noch Platz für uns. Und ja, ich freue mich schon auf die Pizza. Die schmeckt geil. Wir sind in Cayetta angekommen und jetzt hat hoffentlich die Pizza noch Platz für uns. Wir haben es geschafft, wir haben noch einen Platz und wir haben Buschgetta. Bobby hat auch Buschgetta und dann hat er noch die Pizza. Ich habe meine erste Pizza und Lukas hat auch seine erste Pizza. Und jetzt gibt es Essen. Nice. Pizza Nummer 1 ist gegessen. Lukas hat noch ein Stück, aber die ist auch gleich gegessen. Und dann kommt gleich unsere zweite Pizza. Ich muss sagen, ich will jetzt nicht mehr so hungrig wie Fruchy, aber ich freue mich auf die zweite Pizza. Es fällt mir schwer. Aber wir haben noch eine Pizza. Und Lukas hat auch noch eine Pizza. Und wir haben Hunger. Wir werden hier im Restaurant bestaunt. Mein Körper wurde jetzt von einem Sättigungsgefühl eingenommen, weil meine zweite Pizza ist weg. Lukas hatte leider nicht mehr ganz so viel Hunger. Der nimmt seine Pizza jetzt mit, weil die sieht richtig gut. Das guckt euch das mal an. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel und dann würde ich sagen, war es für heute. Lass auf jeden Fall ein Like da. Haut rein, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.